Der Grund, warum ich sowas gefiltert habe, ist der, dass ich gerade wieder von einem Flohmarkt komme. Von zweien. Irgendwann zu sein. Da habe ich natürlich erstmal wieder eine Crapload an DVDs bekommen. Ich habe schon vorhin zu meinem Bruder gesagt, ich habe eigentlich jetzt schon genug DVDs, um mich den Rest meines Lebens zu unterhalten und jetzt noch mehr. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ein wirklich interessanter Zeug ist nun hier. Ich würde mal versuchen, das habe ich jetzt ordentlich zu zeigen. Ein paar Reichsbahnwagen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe sehr wenig Ahnung von der deutschen Geschichte der Eisenbahne. Gut, britische bin ich jetzt auch kein Experte. Diese paar Personenwagen, dieser Kesselwagen und dieser offene Güterwagen, bei dem ich gerade eben die Achsen verloren habe. Die waren vorhin noch da, sind da wohl irgendwo untergegangen. Und ja, eine Crapload an Schienen. Ich glaube, da sind kaum bis gar keine Fishplates dabei, aber kann man trotzdem mit was anfangen. Und ich glaube, um die 20 Euro für das ganze Zeug hier, das ist auch nichts, worüber man sich beschweren kann. Wenn ich das schon nicht verbauen kann, dann ja wenigstens hier zum Ausstellen. Selbstverständlich. Und ja, ein bisschen Endspurgleis war auch dabei. Nein, die Skaloi Railway kommt nicht nach Mea. Ja, irgendwann will ich mir vielleicht die Skaloi Locks holen, so nach und nach, irgendwann. Aber das ist noch weit entfernt. Aber die Schienen habe ich jetzt schon mal, die sind small. Ein Strommast war auch dabei. In diesen weißen Kästchen sind da solche komischen kleinen Plastikteile drin. Hätte ich wahrscheinlich nicht wirklich was mitmachen. Das war schon das meiste, aber eine kleine Sache habe ich immer noch bekommen. Zwei Dinosaurierfiguren. Beide hatte ich als Kind, als ich diese riesige Sammlung hatte. Das Ding mit dem Allosaurus ist, dieser Allosaurus ist auch auf meinem YouTube-Profilbild. Vielleicht nicht dasselbe Modell, aber das gleiche. Ziemlich sicher nicht dasselbe. Wobei, der hat auch hier die gleichen Färbungen. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht derselbe ist. Ja, der Aparthosaurus hier, ja, ich habe das falsch in Erinnerung gehabt, aber auf jeden Fall hatte ich ihn als Kind, aber das ist nicht der, den ich auf dem Profilbild hatte. Aber das ist schon irgendwie cool. Deshalb stelle ich mir die oben rauf irgendwo und vielleicht auszuhalten nach dem gleichen Aparthosaurus. So, das war diese Flohmarktausbeute.